Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freundinos zu einer neuen Folge ARK Survival Evolved. Ich bin gerade alleine unterwegs, die Metal Base steht, es wird Zeit auf Tech umzurüsten und so habe ich beschlossen auf Extinction zu reisen und dort ein wenig Element zu farmen, vielleicht sogar ein Element Nest zu looten. Dieser scheiß Mikroraptor. Ich habe eins gefunden. 25.000, ist aber die große Frage, ob das funktioniert hier. Da ist einer. Und da ist einer. Oh, Baby, alter Element, Junge. Ich muss auf jeden Fall jetzt auf Center rüber, mit dem ganzen Scheiß hier. Voller Stolz auf meine Beute, machte ich mich dann wieder auf den Weg nach Center, um dort das Element dann umzuwandeln und die Base in Tech. Doch dann geschah das. Ah, ist das jetzt euer Ernst, Freunde? Wir wurden während unserer Abwesenheit geradet. Wieder einmal. Fuck, alter, alles gesprengt und alles weggemacht worden. Der Tribe, der uns geradet hat während unserer Abwesenheit, heißt No Name und es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir von denen gehört oder gesehen haben. Um meinen Frust wenig rauszulassen, beschloss ich, nach Fjordur aufzubrechen und dort nach ein paar kleinen Tribes zu suchen und deren Loot zu stehlen. Da kann man ja mal kurz reingucken, fertig gebranntes Metall. Das finde ich gut. Nehme ich mich mit. Gut. Und Abflug, besser ist das. Ah, ha, ha, ha. Okay. Ne Steinhütte. Ah, sauber, Freunde. Guckt euch das an, der Kollege. Hey, da hat ihr alles geruhlt. Gucken. Brauche ich. Gucken. Oh, Brustpanzer, Flinte, Metall, Organisches. Geht aber eigentlich schnell, ne. Zement und das bisschen Öl nehme ich auch noch mit und die Armbust nehme ich auch noch mit. Da joinkt er hier auf jeden Fall Metal rein ohne Ende. Alter, hab ich hier einen Dreck gemacht. Okay, Abflug, Freunde. Mein Rauchzug auf Yodo war sehr erfolgreich und die Motivation kehrte zurück. Also beschloss ich nach Extinction aufzubrechen, dort mich ein wenig umzuschauen und vielleicht auch eine kleine Ecke oder ein Loch zu finden, in dem ich mir eine kleine Base aufbauen kann. Und die ist auch schade. Ich hab schon gedacht. Oh, ja, Freunde. Ich hab was gefunden. Okay, Leute, das ist mein Red Hole. Das ist es. Moin, Hitti. Servus. Servus, da ist er ja. Moin. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. So, mein Red Hole. Eine Base bauen, klar. Finde ich okay. Aber dass wir irgendwie gleichzeitig eine Zweitbase irgendwo bauen. Mhm. Ja. Ja. Sagst du mir Bescheid, wenn du da bist, an deiner Grippe? Ähm, ja gut. Ich hab nur sehr, sehr spaziert gemacht. Und, äh, oh fuck, Alter. Es ist direkt neben mir ein Drop runtergekommen und ich dachte, das wäre so ein, äh... Habt ihr schon da? Meteorien. Ja, ich bin jetzt auf dem, äh, Gerippe. Obendrauf. Mal, komm runter. Ja, und Dreck neben mir ist gerade ein Drop runtergekommen. Mhm. Ich weiß. Ja, sauber. Das ist ein 100.000 Leck. Ich hab mal schon. Bitte. Sandra. Ich fahre mir jetzt so nebenbei, bis ich mal hier was finde, wo ich weiß, wo ich bin. Da ist ein Bloody. Das bist du, ne? Hahaha. Perfekt. Und jetzt musst du mir mal sagen, was du davon hältst. Hier, guck mal. War das hier? Ja, tatsächlich. Wo warst du der Eingang zu groß? Ja. Ich hätte jetzt ja auch hier, auch hier auf Excel, hätte ich noch eine andere, äh, Spalte, die würde ich mich gerade gleich mal angucken, weil ich da, da brauche ich aber Element. Dafür brauche ich Element, das ist eine Minute, in der Minute fertig, was ich dabei habe gerade. Okay. Ähm, das ist unten bei den Gajas, unten im Blaubium. Da hinten ist das Teil. Ja, vorsichtig, hinter dem Gestrüppter, oder? Ja, ja, hier bei den Bäumen. Ja, wie sieht's aus, oder? Klein. Steckst du da eigentlich, Sandra? Ich bin auch in der Stadt, ich werde mich jetzt gleich hochladen. Setz dich mal hin, also macht mal so. Ja, ja. Geht sich mal hin. Ja, ja. Wir werden auf den Sternen gehen, dort die schwarzen Perlen schnell sammeln, und dann wieder rüberkommen. Dann könnt ihr dabei die Base machen, wenn ihr wollt. Und ich werde uns dann schon mal ein Transmitter herstellen. Wieso kann ich keine Fallschirmer machen, wo sind die? Kleiner Flugweise sollte ich mir besser mal ein paar machen. Wir müssen auf jeden Fall dann schon zunder gehen, ja. Und ich habe keine Lust mehr, so lange zu warten, ich will irgendwo ein. Wie kannst du fallen, Digga? Ich habe mich gar nicht bewegt. Ja. Wenn ich vor das Fallschirmer gemacht habe, dann würde ich dir nicht trauen. Hier. Wo den Drachen? Ah, hat schon einer gebaut. Wo? Was steigen. Schwalb, die Beck. Nö. Türe ist zu, ich habe eine Kettensäcke dabei. Jede Menge Benzin. Hast du was zum... Oh, es brennt sogar hier drinne. Es brennt sogar hier drinne. Okay, warte auf, die Möhre. Hast du was zum Kloppen? Ja, du kannst doch reinballern, ne? Na, ich will gucken, ob True'lls stehen. Nee, steht nur Chimila Ball. Oh, das wird uns so richtig schmecken. Das ist ein Tresor sogar. Ich muss mal gucken, ich muss Orbit Cam machen, ne? Ja, Orbit, genau. Ich hole mal schon die Art raus. Ich mache es nur mit. Oh, schön, Freunde. Guckt euch das an. Die Aufnahme läuft, Baby. Ich mache auf jeden Fall die Büchse auf. Ja. Genau das will ich haben. Genau so einen Scheiß will ich. Passt ja auch. Ah, klar. Ach, ist das herrlich. Mal rein mit dem Wurm. So, wir sind drinne. Ja gut, dann mach mal Etage 1 auf. Ja, wir sind drinne. Ja, wir sind drinne. Ist irgendwas kaputt? Ja, hier, bitte. Stuhlfabrikator. Warte, jetzt habe ich keinen Stadtball mehr. Ach, der steht in Plation kaputt. Ja, wir erst mal schauen. Ich will nicht mal, was da drin ist. Ja. Elektronik, 4400. Oh, siehst du es, siehst du es, siehst du es. Das Poli schmeckt aber auch. Allerdings. Kristall ist es nicht unbedingt so wichtig, aber was ich tragen kann, wenn ich tragen, 2000. Ja, damit. Das wäre schön, wenn wir jetzt noch ein paar schwarze Perlen haben. Schilie, da würde ich doch nicht tragen. Du? Ja. Und? 5000 Zement. Ja, nicht? Ja, fundamental, aber das war auch nicht. Ich habe hier ein, Mann. Ich will hinten die Schmelze haben. Ja. Was? Die Werkbank, wenn es die Schmelze gibt, gefallen mir. Ja, ja, lass mich mal wei, ich habe Bock. Boah, der Tresor, den musst du knacken. Ja. Okay, Smithy. Für die schwarzen Perlen natürlich. Oh, 1480. Die Flinte, die Flinte auf jeden Fall. Ich habe noch eine überragende Blueprint, aber ich nehme alles mit, was drin ist. Ich mache jetzt keine alten Sachen mehr. Voll geil. Ja, man merkt direkt, ne? Wie glücklich wir hier selbst sind. Ah, schon geiles Fee, so eine Art. Ich spreche immer noch an der Haustür dran. Oh, ist das halt da? Ja, oder? Oh, ne Back. Oh, guck. Oh, guck dich das an. Fertige Chemielabor-Tüche. Ja, haben wir keine Flatpaket. Guck mal, Flux. Blueprints. Oh, die hat Schuhe. Ja, zwei Mal. Was ist das für ein Sattel da? Der überragende Mammutsattel. Aber die Axt nehmen wir mit und Spitzsackle. Die Axt, die Spitzsackle. Das ist die U-T, die U-T, ja, die U-T unten, den blauen. Den brauchen wir den. Den brauchen wir noch. Den sollen wir eigentlich, ja, den ist eigentlich der andere. Also, die Kretze, der hat das auch mit drin. Und die grünen Steine nehme ich auch mal damit. Dann müsste ich die Farben brauchen. Aber nur, weil ich faul bin. Okay, mach mal die. Jetzt kommt die Schmelze. Ist ja nicht, wo ist denn der Charakter? Ist ja nicht klar. Oh, die Kamera. Na klar, das war ja. Das ist Richtung der Kriege. Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Wo ist das? Ja, das war ja. Komm, komm, komm. Kann ja noch. Oh, Öl, Metall. Oh, fertig gebranntes. Über 30.000. 40.000. Komm, ich barade es rein, ja? Meinst du es für nichts? Einmal L1 und es ist meins. Ich sollte vielleicht was davon hochladen. Meinst du nicht auch? Bin fleißig am Aktualisieren immer. Eine Base hatten wir bis dahin noch nicht. Aber wir waren guter Dinger, denn wir konnten ein paar kleine Raids erfolgreich beenden. Da war es ja nicht, ich soll es mir sagen. Wir haben das unterirdisch.